Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um meinen Lesemonat, Serienmonat, Filmemonat, also meinen Monatsrückblick im November. Ich zeige euch, was ich gelesen habe und welche Serien und Filme ich geguckt habe. Und bei den Büchern kann ich euch schon sagen, ich hatte ein riesen Highlight, aber auch ein riesen Lowlight. Also ein Flop ist auch dabei für mich. Bei den Serien und Filmen ist es sehr ausgewogen. Es wurde teilweise auch schon etwas weihnachtlich. Also wenn ihr wissen wollt, was ich so gesehen habe, dann bleibt jetzt dran. Wir fangen mit den Büchern an. Das erste Buch, das ich im November beendet habe, war eine Leserunde, die die liebe Friederike von Book Vampire organisiert hat. Und ich bin so froh, dass ich da mitgemacht habe, wirklich, weil Time to Love, Tausche altes Leben gegen neue Liebe, war mein Highlight in diesem Monat. Und ich hatte echt Bock, dieses Buch einfach nur noch durchzusuchten. Und das habe ich ja letzte Zeit nicht ganz so häufig, obwohl ich schon gute Bücher hatte in den letzten Monaten. Aber hier habe ich mich auf eine Leserunde eingelassen, die die Bücher eingeteilt hat in so ungefähr 50 Seiten pro Tag. Und da bin ich ja eigentlich so gar nicht der Typ für, weil ich sehr langsam lese. Aber dieses Buch hat es wirklich geschafft, dass ich mich daran gehalten habe. Ich glaube, ich habe es zwar an ein oder zwei Tagen mal nicht geschafft, an dem Tag zu lesen, habe es dann aber nachgeholt. Und es hat echt super funktioniert. Und ich war so drin in diesem Buch, dass ich es einfach, also man musste mich, glaube ich, stoppen, dass ich es nicht einfach an einem Tag gefühlt durchsuchte. Ja, worum geht es? Es geht um Lina. Lina, die lebt in London und hat einen fancy Job. Allerdings hat sie auch einen schweren Schicksalsschlag hinter sich, denn ihre Schwester ist gestorben vor einiger Zeit. Und ja, seitdem ist sie so ein bisschen von der Rolle und versucht sich halt immer abzulenken mit Arbeit. Allerdings merkt man ziemlich schnell, dass sie zu viel arbeitet und ja, sie erstmal ein bisschen Abstand braucht. Ein bisschen Pause, ein bisschen, ja, zu sich selber wiederfinden. Und deswegen sagt ihre Chefin, hör mal, mach mal lieber einen kleinen Stopp. Ich gebe dir drei Monate bezahlten Urlaub und du guckst mal, dass du Urlaub machst und einfach entspannst und nichts mit Arbeit machst. Lina weiß allerdings überhaupt nicht, was sie tun soll, weil sie einfach nur noch für die Arbeit lebt, gefühlt. Und ist erstmal mega überfordert mit diesem Geschenk, wo andere sich freuen würden. Da weiß sie überhaupt nicht, was sie damit anfangen soll. Auf der anderen Seite haben wir ihre Großmutter Aileen, die lebt in Yorkshire. Und das ist wirklich so ein kleines, süßes Dörfchen, wo jeder jeden kennt und viele ältere Leute da auch leben. Und ja, Aileen, die ist ein geschätztes Mitglied der Gemeinde. Sie macht sehr viel dort. Also es gibt dann auch so Vereine, die sich da gegründet haben mit ganz vielen älteren Nachbarn, wo man dann so über den Schutz der Stadt quasi redet. Aber im Endeffekt ist es doch nur eine Tratschrunde und man trifft sich und isst Kekse. Aber das ist halt so eine süße, kleine Atmosphäre dort. Also dieses Gefühl in dieser Stadt ist echt kuschelig und das komplette Gegenteil einfach von diesem anonymen Leben in London, was Lina hat. Und ja, Aileen ist jetzt, ich glaube Ende 80, nee Ende 70, sie ist Ende 70. Ja, und sie wurde verlassen von ihrem Mann vor einiger Zeit. Der ist mit einer Tanzlehrerin durchgebrannt. Und Aileen denkt sich so, nö, ich bin noch jung. Ich habe noch ein bisschen was von meinem Leben hoffentlich vor mir. Und das möchte ich nicht alleine verbringen. Ich bin bereit für einen neuen Mann. Das Problem ist, in diesem kleinen Dorf gibt es kaum Männer. Und die Männer, die es gibt, ja, die sagen ihr nicht so richtig zu. Ja, und so kommt es dann, dass Lina und Aileen einfach die Wohnorte tauschen. Denn Lina braucht ja Ruhe und ein bisschen Abstand. Also was wäre da besser, als auf einem kleinen gemütlichen Dorf, in einem kleinen gemütlichen Dorf zu leben. Und Aileen, die zieht nach London. Es wird auch noch eine Dating-App, also so eine Webseite für Dating, wird noch hergestellt für sie. Damit sie Leute kennenlernen kann in London. Und einfach Aileen zu verfolgen, wie sie sich so in der Großstadt macht. Denn früher war das auch ihr Traum, nach London zu gehen, bevor sie geheiratet hat. Und ja, jetzt lebt sie eigentlich nochmal das, was sie vorher wollte. Und dann haben wir halt einfach Lina, die jetzt in dem kleinen Dörfchen ist. Und versucht ein bisschen Abstand zu gewinnen, ein bisschen zu sich selber zu finden. Und das war einfach fabelhaft. Also wirklich, ich fand beide Sichten so toll. Ich habe geliebt, wie Aileen, die ja eigentlich die Ältere ist, so flott immer noch ist. Und so jung geblieben. Und die noch richtig Spaß am Leben hat, beziehungsweise wieder mehr Spaß am Leben haben will. Und die es auch irgendwie schafft, so dieses anonyme Leben in London so ein bisschen, ja, mehr zusammen zu gestalten. Also sie macht auch noch ein paar Sachen dort natürlich in London. Aber auch ihre Männergeschichten sind sehr spannend, was dort passiert. Und man fühlt sich einfach irgendwie total wohl dort. Und auch die Mitbewohner von Lina, die sind ja jetzt auch die Mitbewohner von Aileen, die waren auch total klasse. Und auch wie sie dann mit Aileen kommuniziert haben, war einfach super. Und auf der anderen Seite haben wir ja, wie gesagt, Lina. Auch ihre Sicht fand ich einfach toll, weil dieses Dorf einfach so klasse ist. Diese ganzen Menschen, die dort wohnen. Jeder hat irgendwie eine Macke. Jeder ist halt einzigartig. Und das kommt auch wirklich rüber. Und ich mochte einfach diesen Flair dort. Und natürlich gibt es dort auch Männergeschichten. Also auf beiden Seiten gibt es dann Männergeschichten. Und jeder findet irgendwie so ein bisschen zu sich selbst, aber auch vielleicht noch zu jemand anderem. Und das war sehr, sehr spannend. Ich fand es toll. Ich, ja, also fünf Sterne. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich war ja schon von Love to Share total begeistert von der Autorin. Und hatte so ein bisschen Sorge, dass mir das vielleicht nicht ganz so gut gefallen könnte. Aber nö, hatte ich unberechtigt Sorge. Es war genauso spannend und einfach ein richtig toller Liebesroman. Also falls ihr da mal Bock drauf habt, schaut da gerne mal vorbei. Es ist klasse. Es ist Liebe, es ist Nachbarschaft, es ist Freundschaft, es ist Familienangelegenheiten und eine Menge Witz dabei. Kommen wir jetzt zu einem Buch, wo ich mich echt schwer getan habe, das irgendwie einzukategorieren. So nach Stern oder so. Ich weiß immer noch nicht gefühlt, wie ich es jetzt eigentlich gefunden habe. Aber ich habe endlich, wie der König von Elfenheim lernte, Geschichten zu hassen gelesen von Holly Black. Das ist so, ich glaube, der heißt sogar 3,5, also der Teil 3,5, wenn man das bei Goodreads eingibt. Man muss dafür nämlich hier diese spannende Reihe Elfenkrone, Elfenkönig, Elfenthron gelesen haben, damit das hier Sinn ergibt. Es ist auf jeden Fall eine Kurzgeschichtensammlung, wo es halt um Carden geht, der eben eine wichtige Rolle in den drei Büchern spielt. Und ja, es fängt damit an, dass Jude und Carden gerade wieder etwas erleben. Die tun gerade irgendwas in diesem Buch und dann gibt es halt so kleine Rückblicke von ihm. Wir fangen wirklich in der Kindheit von Carden an, wie er Leute trifft, die ihn geprägt haben, wie er lernte halt, Geschichten zu hassen. Geschichten haben hier einen sehr großen Anteil, ergibt auch Sinn mit dem Titel. Und dann geht es halt auch immer weiter. Wir sind dann in der Jugend, wir sind dann bei Settings, die auch in der Hauptgeschichte spielen. Also dann so aus seiner Sicht, wie hat er Jude empfunden, wie ist das alles so zustande gekommen, wie steht er zu seiner Familie. Alles halt einfach mal so aus seiner Sicht, was halt vor der Zeit passiert ist, was während der Zeit passiert ist und auch ein bisschen, was danach passiert ist. Also da gibt es, das ist so ein schöner Kreis, der schließt sich auch. Am Anfang war ich ein bisschen lost, muss ich gestehen, weil ich mir einfach so dachte, ja, was sollen jetzt diese kleinen Geschichten mir geben irgendwie. Weil ich kam da so gar nicht rein, bin ich ganz ehrlich, hatte echt Schwierigkeiten. Und ich war auch schon so ein bisschen ja raus, was die Hauptstory angeht. Das war natürlich nicht auch gerade förderlich. Klar, weil sie noch die wichtigen Eckdaten, aber so ein paar Personen, da musste ich erst mal überlegen. Und okay, was war jetzt nochmal? Wo bezieht sich das jetzt drauf? Aber letzten Endes war es trotzdem eigentlich ganz schön. Und wie gesagt, der Kreis, der schließt sich. Ich fand am Ende das dann doch eigentlich ganz gut. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt drei Sterne gebe, 3,5 oder 4. Irgendwie ist das so eine Sache für sich. Und deswegen lest es einfach selber. Wenn ihr Fan von der Haupttrilogie seid von Holly Black, dann schaut euch das Buch einfach gerne mal an. Dann müsst ihr selber entscheiden, ob euch das jetzt was gibt oder ob ihr sagt, okay, das ist unnötiges Beiwerk. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich finde das, für mich ist das irgendwas dazwischen. Deswegen, ja, entscheidet einfach selber. Was ich aber definitiv sagen muss, ist, dass die Illustrationen wirklich schön sind. Also die haben mir echt gefallen. Da sind schöne Bilder drin. Und ja, war jetzt halt mal was Nettes für zwischendurch. Ich habe eigentlich so gedacht, ich kann immer mal so ein bisschen was lesen. Habe ich mehr mal weniger gemacht. Ja, aber für Fans bestimmt was Nettes. Man merkt schon, der November, es ging einfach nur noch bergab. Es hat so gut angefangen, dann war es sehr okay. Und jetzt am Ende komplett Ausfall. Also für mich. Falls ihr dieses Buch mochtet, was ich jetzt zeige, hasst mich nicht. Aber es gibt so viel, was ich nicht mochte, dass es jetzt vielleicht ein bisschen ausarten könnte. Ich versuche nicht ganz zu viel zu ragen. Ich kann es aber nicht versprechen. Es geht um Bis wir eins sind von Jodie Allen Malpass. Es ist wieder der Mira Taschenbuch Verlag. Ich weiß nicht, warum ich irgendwie immer Probleme mit Büchern aus diesem Verlag habe. Ich weiß es nicht. Grundsätzlich muss ich sagen, fand ich die Idee hinter der Geschichte gar nicht so schlecht. Weil hier halt einfach auch ein Tabuthema besprochen wird. Also ich habe schon, ich wusste direkt am Anfang, okay, ich muss meinen persönlichen moralischen Kompass etwas runterschrauben. Und das ist ja auch gar nicht verkehrt. Ein Buch muss ja auch nicht immer moralisch einwandfrei sein, finde ich. Ich lese ja auch Dark-Romans-Romane. Hallo, was da alles passiert, ist überhaupt nicht in Ordnung. Auch nicht gesetzestreu. Alles klar. Und natürlich auch in Thrillern oder wenn es ein bisschen so einen Aspekt gibt. Ey, wenn die Leute sich da umbringen oder was weiß ich. Das ist natürlich auch nicht so moralisch korrekt. Aber das hier hat mich einfach mega wahnsinnig gemacht. Kurz, Fassung, worum es geht. In dem Buch geht es um Annie. Annie ist eine sehr erfolgreiche Frau. Sie ist selbstständig. Sie ist, ich glaube, Architektin oder Ingenieurin. Wo ist jetzt der Unterschied? Ich weiß es gerade nicht. Sie entwirft auf jeden Fall Gebäude. Und hat sich jetzt auch ihre eigene Wohnung oder eigenes Haus, auf jeden Fall ihr eigenes Eigenheim. Da hat sie sich jetzt, ja, ist die eingezogen in ihre neue Hood und ist total happy. Sie hat einen besten Freund, den sie aber schon seit Ewigkeiten, seit Kindesbeinen ankennt. Deswegen läuft da nichts. Da wird auch nie was laufen. Und sie hat auch noch eine beste Freundin, die jetzt auch ein paar Männerprobleme hat am Anfang des Buches. Und dann gibt es noch eine dritte im Bunde. Und die sind halt so ein Konstrukt, die, ja, treffen sich immer. Und da geht es ja auch schon los. Also die, bei denen gibt es Alkohol immer. Immer, immer. Also die sind nur am Saufen gefühlt. Also auch in diesem Buch. Das ist schon mal so das Erste. Lasst euch da schon mal drauf ein. Ja, auf jeden Fall sind sie da jetzt auch wieder in einer Bar und Paddy machen. Weil, wie gesagt, die Freundin A ja Männerprobleme hat und da Alkohol ja jedes Problem löst, ne. Ja, aber Annie lernt dort an der Theke Jack kennen. Und der Anfang, ne, Leute, der Anfang war so heiß. Ich war, ich war so, oh mein Gott, das Buch ist viel geiler, als ich dachte. Warum hatte ich so lange Angst vor diesem Buch? Es ist ja Vollhammer. Aber das blieb nicht so. Sag ich jetzt schon mal. Aber der Anfang fand ich richtig klasse. Weil Jack einfach so dieser mysteriöse Kerl war, der dort an der Bar ist. Und sie war halt schon ganz schön angeschickert. Wollte Nachschub holen für die Freunde. Und dann kommen die in ein Gespräch. Und es war so ein Necken und ein Hin und Her mit den beiden. So ein Wortgefecht. Und irgendwie war das schon cool. Es hatte so eine Spannung, die mochte ich. Also die mochte ich wirklich. Und, ähm, naja, im Endeffekt trennen sich natürlich die Wege. Und, ähm, dann wollen alle nach Hause fahren. Gehen in ein Taxi. Aber sie sieht ihn dann noch auf der anderen Straßenseite. Und, naja, er hat gesagt, wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann lasse ich dich nicht einfach so gehen. Oder beziehungsweise dann gehe ich nicht einfach. Ähm. Und ich dachte mir so, okay, da steht ein Wildfremder. Und du lässt deine Freunde jetzt mit dem Taxi alleine nach Hause fahren. Denn natürlich gehst du zu ihm hin. Naja, war ja, irgendwie hab ich schon gedacht, okay, Story muss ja vorwärts gehen. Ist auch nicht das sicherste, Leute. Geht nicht einfach zu fremden Kerlen alleine, während ihr eure Freunde wegschickt. Und ihr komplett alleine mit dem in irgendeiner Straße irgendwo seid. Not safe. Ähm, ja, aber bei denen hat's halt geklappt, ne. Dann haben die auch ganz viel rumgemacht. Und es war weiter so erotisch. Ich so, okay, alles klar. Jetzt wird's ein heißer One-Night-Stand. Ähm. Der war dann schon gar nicht mehr so heiß, nachdem die dabei nicht verhütet haben. Da kam schon das nächste, wo ich mir so dachte, Leute, ihr kennt euch gar nicht. Und dann auch immer diese Frage von den Kerlen in so Büchern, ob die Frau die Pille nimmt. Klar kann man so Schwangerschaften vorbeugen, aber deine Geschlechtskrankheiten kannst du trotzdem übertragen. Woher willst du denn wissen, dass die keiner hat? Oder umgekehrt genauso. Das ist einfach so, ja, okay, Anna, nächste moralische Pille, die du jetzt schlucken musst, einfach drüber hinweglesen. Aber, hm, war schon der nächste Punkt. Und ja, auf jeden Fall war das wohl die heißeste Nacht, die Annie jemals hatte. Und ihr müsst wissen, Annie ist auch so jemand, äh, sie hat keine wirkliche Anziehung zu Männern so. Also klar hatte sie, war sie schon intim mit Männern, hatte auch ein paar Beziehungen oder kurzlebigere Sachen. Aber sie ist noch nie, also sie hat noch nie jemanden getroffen, wo sie denkt, boah, den möchte ich in meinem Leben haben. Oder den brauche ich vielleicht in meinem Leben. Oder er ergänzt mich. Das gibt es irgendwie bei ihr eigentlich nicht. Aber natürlich, sie hat Jack getroffen. Eigentlich weiß sie gar nichts von ihm. Sie weiß nur, dass der anscheinend geil bangen kann. Das war's. Aber sie muss immer wieder an ihn denken. Irgendwie, die hatten so ein, ähm, ja, die hatten irgendwas. Und haben sich wortlos verstanden. Und sie wusste sofort, dass da eigentlich mehr ist. Und, ja, aber sie ist ja am nächsten Morgen einfach abgehauen. Und hat keine Daten von ihm. Umgekehrt genauso. Es war einfach nur ein heißer One-Eyed-Stand. Ich werde euch nicht sagen, warum er verboten ist. Das steht nämlich hier hinten drauf. Ähm, denn das solltet ihr dann schon... Also ich würde es euch gerne sagen, weil dann könnte ich noch mehr rumragen. Aber ich will euch das Buch nicht versauen. Ich will ja nicht alles erzählen. Aber den Anfang, den kann ich erzählen. Das ist keine große Spoilerei so. Ähm. Auf jeden Fall hat sie dann eine Einweihungsparty. Und der Typ, für den sie gerade arbeitet, für den sie eine Galerie entwirft, ähm, ja, den legt sie auch ein, weil die schon so eine gute Bindung zueinander haben. Aber er sagt, oh, ich hab mit meinem Baumeister oder was da, mit meinem Bauleiter, da hab ich eigentlich ein Treffen. Ähm. Ähm, und dann sagt sie, ja, dann ladet den doch mit ein und so. Ja, das ist natürlich Surprise, Surprise, der Baulater ist natürlich Jack. Ähm, natürlich, das Schicksal hat es so gewollt. Und naja, auf jeden Fall kommt dann irgendwann was raus, dass er verboten für sie ist, was sie natürlich mega scheiße findet, weil sie will ihn natürlich eigentlich für sich haben, weil da ja so eine Verbindung zwischen den beiden ist, nachdem die einmal was miteinander hatten. Ähm, ja, und sie kann es halt nicht. Ähm, so, er ist verboten. Und das weiß sie auch. Und jetzt ist das Problem, die müssen ja aber die ganze Zeit miteinander arbeiten, weil sie nun mal das Haus entworfen hat und er es umsetzen muss. Ja, ist nicht so geil, ne, und eigentlich will sie es die ganze Zeit auch professionell irgendwie halten, aber kriegt das einfach nicht geschissen. Die schafft es nicht. Und er ist sowieso der Schlimmste von allen. Also der Typ, oh mein Gott. Also der hat mich so aufgeregt, ne. Ich weiß nicht, warum so gestörte Männer immer als so mega sexy und romantisch in solchen Büchern dargestellt werden. Für mich, also für mich ist er einfach gestört und hat ein Problem, wirklich. Also zum einen, für mich, wie gesagt, ich kann nicht so genau ins Detail gehen, sonst wüsstet ihr ja, wo das Problem ist. Aber er drängt sie einfach ständig zu irgendwelchen Sachen, wo ich mir nur so denke, ey, lass die doch in Ruhe. Sie versucht richtig zu agieren, aber du stellst dich hier irgendwie den Weg und versuchst sie damit zu manipulieren. Und das hat mich schon total wahnsinnig gemacht. Und dann brechen die hier noch total viele weitere meiner Moralregeln, wo ich gedacht habe, ich möchte am liebsten brechen. Ich sage immer wieder, okay, wo die Liebe hinfällt, es kann ja alles passieren. Da habe ich ja auch versucht, okay, komm, den Moralkompass ein bisschen runterfahren. Aber es fiel mir echt verdammt schwer. Vor allem, weil er so mega penetrant war und übergriffig war. Und das mochte ich überhaupt nicht. Und, ähm, ach, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich mache gleich noch einen Spoiler-Part. Den, ich verlinke euch hier unten ja gleich die, also ich mache ja die Kapitel immer. Und wenn ihr gleich nicht gespoilert werden wollt, dann überspringt das einfach. Aber ich beende nochmal eben kurz, ohne große Spoiler, meine Meinung. Es sind auf jeden Fall viele Sachen passiert, die ich nicht mochte. Es wurden, also ganz ehrlich, stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo und der Typ, der bricht eure Tür einfach auf. Und zwar so doll, dass das ganze Holz absplittert vom Schloss und ihr erstmal ein Schlosser kommen lassen müsst. Und das passiert dann erst um vier Uhr morgens und ihr könnt die ganze Nacht nicht pennen. Ähm, einfach nur. Und das wird einfach so romantisiert in diesen Büchern. Alles wird wieder romantisiert, was eigentlich nur creepy ist und nicht gesund. Ähm, also wirklich, ich finde, wenn das so junge Leute lesen würden, dann würde ich mir so denken, nee. Und vor allem Annie wird halt am Anfang auch so als mega selbstständig und emanzipiert irgendwie dargestellt und sie wird einfach, sie bricht ja nur noch zusammen in diesem Buch. Das Wort, das sie zusammenbricht, wird so inflationär benutzt, dass ich das irgendwann gar nicht mehr glauben konnte. Also nee, ich bin raus, wirklich, ich fand das einfach nur schrecklich. Das Ende war noch schlimmer, als ich es mir vorstellen konnte. Ähm, deswegen hat das Buch von mir zwei Sterne bekommen, weil den Anfang fand ich wirklich, wirklich gut und es hätte in eine annehmbare Richtung gehen können, auch wenn es mal ein Tabuthema ist. Aber nein, 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 nein. So. Und wenn ihr jetzt noch, also wenn ihr gar keinen Bock auf dieses Buch habt oder ihr habt es vielleicht sogar schon gelesen und ihr wollt einfach nur kurz eben meinen Spoiler-Part wissen, dann, ähm, klickt jetzt weg. Also nicht ganz weg, ja Leute, sondern nur diesen Part weg. Hier unten, wie gesagt, ihr seht das, habe ich Kapitel gemacht und jetzt wird gespoilert. Klickt einfach auf den nächsten Part. Da geht es nämlich weiter mit den Serien. Ich hoffe, ihr seid jetzt nur noch hier, wenn ihr wirklich bereit seid, gespoilert zu werden, denn jetzt geht es los, Leute. Ähm, Jack ist verheiratet. Er taucht nämlich auf diese Einweihungsparty mit seiner Frau auf. Und ganz ehrlich, du gehst in irgendein Hotelzimmer, genau, das fand ich auch noch gut. Und da war Annie ja auch noch klug, sie hat ja, ähm, er wollte sie dann unbedingt bangen und dann hat sie gesagt, ähm, nö, ich nehme doch nicht einen wildfremden Mann zu mir mit nach Hause, da kann ja Gott weiß, was passieren, fand ich sehr weise, ähm, zu ihm war zu weit weg, also Hotelzimmer. Das war ja auch noch gut. Aber er ist verheiratet und hat ungeschützten Geschlechtsverkehr mit irgendeiner wildfremden. Das ist ja doppelt bescheuert schon. Also ohne überhaupt ist schon bescheuert, aber wenn du auch noch eine Frau zu Hause hast, ist ja doppelt bescheuert. Naja, auf jeden Fall hat sie da schon gemerkt, okay, scheiße, er ist verheiratet, ähm, ist nichts für mich. So, aber wie gesagt, er versucht ja immer, sich aufzudrängen. Dann schreibt er ihr E-Mails, dann ruft er sie an, auf der Arbeit, immer diese typische Pose, die Männer ja immer machen. Sie wird ja immer an die Wand gedrückt und er hat den Arm, oder beide Arme, so neben dem Kopf, sodass sie an der Wand ist und huu, dann spürt sie alles und riecht alles und oh mein Gott, dann ist es ja sowieso um sie geschehen. Sie war für mich dann irgendwann nur noch wie so ein hormonell gestörtes Frettchen. Ähm, und vor allem dann steht sie immer so, nein, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und so, oh doch, du kannst das, ähm, du hast es doch auch gespürt, du kannst mir nicht sagen, dass du nichts empfindest und dass das für dich, ähm, gar nichts bedeutet hat. Und dann nimmt er auch so ihre Hand und legt das so unten auf die Hose und sagt dann nur so, sag mir, sag mir, dass du das nicht fühlst, oder das, und dann aufs Herz, oder dass du das nicht fühlst. Nicht so, boah, es ist so cringe gerade, Junge, du bist verheiratet. Ähm, gut. Ende vom Lied. Die Ex-, äh, die Frau von ihm ist natürlich auch psychisch nicht labil, ähm, besitzergreifend, sie misshandelt ihn wohl auch. Auch, also da gibt's auch noch um häusliche Gewalt umgekehrt, dass der Mann darunter leidet, was ich auch ein sehr spannendes Thema finde, weil es das auch gibt, ich hab das vergessen halt auch oft sehr viele, dass nicht nur Frauen Opfer von häuslicher Gewalt werden können, sondern auch Männer. Um emotionale Erpressung geht es da nämlich auch, es war schon echt tricky, deswegen konnte er sie nicht einfach mal eben so verlassen, weil sonst schlitzte sich wieder die Pulsadern auf, also das gab es schon mal. Und bei ihr, bei Annie fühlt er sich frei und er kann so sein, wie er sein will und er ist glücklich und im Endeffekt ist sie halt so eine Ausflucht aus der Ehe. Das Problem ist, Annie ist halt irgendwann eingeknickt und dann haben die halt eine Affäre, treffen sich halt immer mal wieder zwischendurch und da denke ich mir auch schon so, uh, okay, jetzt bist du die andere Frau, das ist auch nicht so geil. Aber wie gesagt, ich habe noch versucht, okay, es kann alles passieren, wo die Liebe hinfällt. Aber dann hat man so einen Sprung von vier Monate später und die hat immer noch diese Affäre und er hat immer noch nicht Schluss gemacht. Natürlich ist Annie irgendwann schon angenervt, so ein bisschen strapaziert, weil sie ja auch mal denkt, ich kann nicht mal eben einfach mit ihm irgendwo was essen gehen und Hähnchen halten oder sonst was, es muss immer so geheim sein. Ja, die Freunde wissen natürlich auch nichts davon. Da wird natürlich auch immer schön gelogen, bis eines Tages dann doch das mal rauskommt und ja, weil, ach, das ist so bescheuert. Wie gesagt, er hat schon ihre Badezimmertür einmal aufgebrochen, sie wollte dann in Ruhe duschen, weil sie Streit hatten und so und dann bricht er ihre Badezimmertür auf. Ich denke, sorry, Privatsphäre und so. Und wo es dann wieder Streit gab, da hat er, wie gesagt, die komplette Eingangstür aufgebrochen. So ein Psycho, ne? Aber nein, es ist ja völlig romantisch. Und dann wird es ja nachher noch schlimmer, ne? Die Ex-Frau, äh, die Frau, die taucht ja dann auch bei ihr auf und dann denken die plötzlich, die sind Freunde und dann erzählt sie ständig, wie schlecht das da alles ist. Ja, egal. Auf jeden Fall haben die Freunde sie dann erwischt und wollen sie natürlich, ne, wollen ihr dann erzählen, dass das nicht richtig ist, aber da gibt es dann auch nur Stress. Ende vom Lied. Oh mein Gott, Annie ist plötzlich schwanger. Ja, also klar, sie nimmt die Pille, aber natürlich tritt bei ihr der Fall ein, dass sie schwanger ist von ihm, ne? Und dann erpresst die Frau ihn, dass er nicht gehen darf, weil sie angeblich schwanger ist. Obwohl sie natürlich nicht schwanger ist, das wusste man ja schon, also das hat man irgendwie schon geahnt, dass das nicht stimmt. Und am Ende will sie dann das Kind abtreiben, weil er verlässt ja jetzt die Frau nicht, weil sie ja ein Kind erwartet. Also will Annie das Kind abtreiben lassen, aber dann wird sie ohnmächtig und dann kommt Jack und findet das heraus. Und da war auch schon wieder so voll der Übergriffigkeitsmodus, weil sie sagt, ich kann alleine dieses Kind nicht großziehen, ich schaffe das nicht, ich möchte nicht jeden Tag an ihn erinnert werden, weil es ist aus zwischen uns. Und dann sagt die Krankenschwester so, ja Annie, wenn es ihnen wieder besser geht, gleich, wenn der Arzt grünes Licht gibt, dann können wir den Eingriff gerne noch machen. Und er sagt so, hier wird überhaupt nichts abgetrieben, so. Ich denke mir nur so, Alter, das ist nicht dein Körper, lass die mal erstmal selber überlegen, was sie möchte. Ihr könnt ja rüber reden, aber sag nicht, sprich nicht für sie in dieser Angelegenheit, ne? Die habe ich so wahnsinnig gemacht, also so richtig wahnsinnig gemacht. Ja, aber es ist so typisch, dieses Klischee, dass die Ehefrau dann auch noch ausrastet, will Annie natürlich irgendwie mit einem Messer attackieren, im Endeffekt fährt sie sie dann um und dann ist am Ende alles gut. Also es war einfach so beschmiert und ich, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, das Buch zu Ende zu lesen, aber okay, ich habe es geschafft. Aber ich hatte so Redebedarf, ich habe meine Arbeitskollegin damit vollgelabert, ich habe meinen Freund damit vollgelabert und jetzt labere ich euch damit voll. Und ihr denkt wahrscheinlich, oh Gott, warum labert die so viel über dieses Buch? Ja, ich weiß, ich höre auch jetzt auf, aber das war nicht meins. Ne, das war mir einfach zu viel. Viel zu viel. Ne. So, Spoiler-Part Ende, machen wir jetzt mit den Serien weiter. Das sind fünf Stück und oh mein Gott, also ich kann direkt weitermachen mit Lobeshymnen, denn mein Freund und ich, wir haben Stranger Things angefangen. Und wir haben drei Staffeln im November durchgesuchtet, Halleluja. Also ich habe mich immer ein bisschen davor gedrückt, weil das ja so mega gehypt war und ich gehört habe, dass es gruselig ist und da irgendwelche Kreaturen und Monster so ihr Unwesen treiben. Und deswegen hatte ich da nie so wirklich Bock drauf, weil ich dachte, das ist nichts für mich. Aber als Staffel vier irgendwann rauskam, war der Hype ja plötzlich wieder da und alle haben das geguckt und ich habe mir nur gedacht, boah, komm, wollen wir nicht so jetzt so zur Halloween-Zeit eigentlich mal damit anfangen? Gut, haben wir nicht zur Halloween-Zeit angefangen, aber danach und ich liebe es. Es ist so krass, ich hätte nie gedacht, also wir sind wirklich süchtig gewesen. Wir haben gesagt, okay, komm, wir gucken abends eine Folge, dann am Wochenende, so wenn man morgens wach war, ach komm, wir gucken schon mal eine Folge. Es war einfach so cool. Genau, Staffel eins. Staffel eins fand ich sehr cool. Ich war total, ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Auf Instagram habt ihr mir ja auch geschrieben, dass ihr die Serie total geil fandet und das hat mich ja noch mehr angesprochen, dass ich, okay, komm, ich gucke es jetzt wirklich und Staffel eins fand ich richtig gut, weil wir sind ja in Hawkins in so einem kleinen Städtchen dort in Amerika und es verschwindet ein Junge und dieser Junge ist eigentlich Teil von so einer Jungsgruppe. Wir haben da also so Schüler und die wollen halt ihren Freund wiederfinden. Wir haben seine Mutter, die total verzweifelt ist, weil er weg ist und keiner ihn gesehen hat und der Bruder leidet halt auch da drunter. Wir haben die ganzen, also es ist wirklich richtig, jeder hat irgendwie ein Part, so die Familienmitglieder auch von den Jungs und dann gibt es auch noch einen Polizisten, der sich da auf den Fall einlässt. Und es heißt nicht umsonst Stranger Things, dieses Verschwinden ist nicht ganz natürlich passiert und ja, hier gibt es auch komische Monster und so weiter und ich will hier auch überhaupt nichts erzählen, weil, nicht so viel erzählen, weil das ist, glaube ich, am geilsten, wenn ihr gar nichts, nicht so viel wisst, so wie bei mir es auch war, weil man dann einfach umso mehr gespannt ist, was da eigentlich passiert. Aber ich kann nur so viel sagen, es findet dann, irgendwann kommt dann plötzlich auch noch ein Mädchen, die wird einfach im Wald gefunden und man weiß überhaupt nicht, wo die herkommt. Also das ist alles wirklich strange, der Name, der passt schon. Aber ich fand die erste Staffel einfach so spannend, also wir haben das so durchgesuchtet, es war einfach nur krass, es war geil. Man hat irgendwie die Charaktere alle lieben gelernt und war einfach nur gespannt, wie das jetzt ausgeht. Dann haben wir Staffel 2 geguckt und ich muss sagen, Staffel 2 fand ich tatsächlich ein bisschen schwächer als die erste. Ich weiß nicht genau, wieso. Könnte daran liegen, dass einfach, weiß ich nicht, das für mich ein bisschen mehr auseinandergerissen war, weil ja irgendwie jede Gruppe, also irgendwie verschiedene Sachen erlebt hat und man immer nur so denkt, könnt ihr nicht endlich alle zusammenkommen und euer Wissen teilen? Und ich weiß nicht, also die zweite fand ich nicht schlecht. Um Gottes willen, ich fand die überhaupt nicht schlecht, aber ein bisschen schwächer als die erste. Für meine Finden und Flo sah das genauso, meine Arbeitskollegin auch, also da waren wir schon mal einer Meinung. Und dann haben wir ja Staffel 3 geguckt und Staffel 3 fand ich richtig geil. Staffel 3, da sind die ja auch schon jetzt langsam im Teenager-Alter. Das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Vibe, weil natürlich auch andere Sachen mehr im Fokus stehen, die sich ja für andere Sachen interessieren als noch früher, wo die noch Kinder waren. Und ich denke mir die ganze Zeit immer nur, wow, ich kann jetzt wenigstens alle vier Staffeln theoretisch an einem Stück angucken. Wie lange mussten die anderen auf diese Staffel warten, ne? So, das ist schon krass. Ja, Staffel 4 wollen wir auf jeden Fall jetzt auch noch bald gucken, aber das war eine Serie, die hat es mir richtig angetan. Da denke ich mir auch, warum habe ich eigentlich so lange gewartet? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Stranger Things schon gesehen habt und ob ihr auch so riesen Fans davon seid oder ob das gar nichts für euch ist. Also ich war, für mich war es ein Highlight, definitiv. Kommen wir kurz zum Trash. Liebe macht blind Staffel 3 habe ich auch beendet. Das ist ja diese Serie auf Netflix, diese Reality-TV-Serie da, wo die Leute in so Kabinen sind, wo man den Gegenüber nicht sehen kann, sondern nur hören kann. Und ja, man hat halt immer Dates auf diese Art und Weise mit verschiedenen Leuten und kommt sich näher und dann muss man halt am Ende entscheiden, okay, mir hat da einer so sehr gefallen, den möchte ich heiraten. Und dann muss man dann einen Heiratsantrag machen und dann geht das in der zweiten Runde weiter, dass man wie so Honeymoon schon mal ein bisschen verbringt. Man ist dann in so einem Resort und lernt dann sich halt auch nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern auch auf physischer Ebene kennen. Man merkt so die ersten Macken von dem anderen vielleicht, so ein bisschen Alltag, ja noch nicht Alltag, aber so schönen Urlaub so miteinander verbringen. Und danach geht es ja darum, dass die zusammen wohnen und da eben dann den Alltag zusammen meistern, auch mit Arbeit und dass man Freunde und so alles unter einem Hut bringt. Und das große Finale ist dann natürlich, dass die vorm Altar stehen und man dann entscheidet, ja, sagt man jetzt ja am Altar oder sagt man nein. Diese Staffel war wirklich kurios, Leute. Da waren ja Pärchen bei, wo ich denke, ne, ne, einfach ne. Ich sag nur, Kulin und ihr Macker. Also mehr sag ich gar nicht. Das ist Wahnsinn. Also da sind definitiv einige Beziehungen oder beziehungsweise einige Pärchen, die da entstanden sind in dieser Show, wo ich mir teilweise gedacht hab, das hört sich alles nicht gesund an, das sieht auch alles nicht sehr gesund aus. Und ja, manchmal, also ich weiß noch, in der ersten Staffel hatte ich direkt ein Pärchen. Die sind, glaube ich, auch immer noch verheiratet, wenn ich mich nicht täusche. Die habe ich sofort zusammengesehen und ich habe so gewollt, dass da am Ende alles gut geht und so. Und jetzt bei Staffel 3 habe ich eher so gedacht, kann mal einer Hilfe holen? Boah, bitte heiratet einfach alle nicht. So, das war so voll komisch. Also weiß ich nicht. War nicht meine liebste Staffel. Hatte natürlich Unterhaltungswert, klar, aber war nicht meine liebste Staffel. Dann habe ich eine Serie, ja, nochmal gesehen, gerewatcht, gibt's sowas. Ich wollte nämlich mit etwas weihnachtlichem Flair anfangen und habe Weihnachten zu Hause angefangen. Also nochmal angefangen. Ich liebe es einfach. Es geht ja um Johanne, die jetzt in ihren 30ern ist und die immer noch keinen Partner hat, keine Kinder hat und alle um sie herum scheinen aber irgendwie voll das glückliche Liebesleben zu haben. Ob in ihrer Familie oder in ihrem Freundeskreis, alle sind entweder vergeben verheiratet oder haben eben schon Kinder und sie wird immer so ein bisschen belächelt und ach, Mutter auch immer so, ja, wann bringst du denn endlich mal einen Mann nach Hause? Und dass sie am Weihnachtstag dann, dass sie dann immer bei den Kindern am Tisch sitzen muss, weil ja die Pärchen alle nebeneinander sitzen und sie hat halt keinen. Also er findet sie kurzerhand einen Freund, also dass sie einen hat. Hat aber eigentlich keinen. Was bedeutet, bei ihr geht das Online-Dating so richtig los? Und das fand ich irgendwie ganz cool, weil es ist so eine Mischung. Es gibt natürlich auch Leute, die sie so im Alltag kennenlernt oder die sie so schon kennt und eben auch Online-Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Online-Dating gemacht habt, also ich ja schon, bevor ich Flurke hingelernt habe. Ich habe das so gefühlt, weil da hat man manchmal echt schon die weirdesten Leute am anderen Ende, wo man sich auch nur so denkt, nee, das passt nicht. Und so ging es Johanna halt auch. Und es ist einfach total weihnachtlich, weil wir sind ja auch, ich glaube, sind wir in Schweden? Oder in Norwegen? Ich glaube, wir sind in Norwegen, ne? Auf jeden Fall irgendwo da oben sind wir und ich mag einfach die Atmosphäre und die Landschaften und dieses Familien-Dingen, aber auch die Freunde und die Beziehungen und Johanna finde ich so charismatisch. Jürgen ist immer noch unser Einhorn. Die ist einfach toll, ihre Mitbewohnerin. Also ja, Weihnachten zu Hause haben wir auf jeden Fall Staffel 1 geguckt und auch Staffel 2. Ich feiere es. Falls ihr mal Bock auf eine Serie habt an Weihnachten anstatt einen Film und ihr wollt einfach was kuscheliges, skandinavisches haben, dann Weihnachten zu Hause. Geil. Immer wieder. Dann haben wir Elementary Staffel 4 beendet und Elementary gucken wir immer mal wieder so zwischendurch. Also da haben wir jetzt nicht die komplette vierte Staffel im November geguckt, sondern immer mal wieder. Wenn wir gerade keinen Bock auf eine andere Serie haben oder halt so beim Essen, ich weiß, beim Essen soll ich manchmal im Fernsehen gucken, aber machen wir. Ja, da gucken wir dann mal so eine Serie und da geht es ja um Sherlock Holmes, der in New York so in der heutigen Zeit lebt und Watson wird halt gespielt von Lucy Liu. Das finde ich ziemlich cool und die beiden lösen halt Fälle, die helfen der Polizei oder haben auch manchmal private Sachen dort und Staffel 4 ist auch wieder sehr cool. Allerdings spielte auch Sherlock's Vater eine sehr große Rolle und den mag ich nicht so. Ich glaube, den soll man auch wahrscheinlich nicht mögen. Also alles gut gemacht wahrscheinlich. Ja, aber wieder sehr spannend und deswegen Elementary Staffel 4 haben wir auch beendet. Die letzte Serie, die wir geguckt haben, da bin ich mir ziemlich unsicher, wie ich sie wirklich finde. Wir haben nämlich jetzt auf Disney Plus How I Met Your Father geguckt. Nachdem wir jetzt How I Met Your Mother alles endlich komplett chronologisch durchgeguckt haben, ja, logische Schlussfolgerung, wir gucken How I Met Your Father. Es war natürlich erst mal wieder ein bisschen schwierig, weil es sehr, sehr Soap-mäßig ist, also sehr, sehr Sitcom, sehr, sehr Sitcom-mäßig ist. Alles ist so übertrieben. Die Leute, die dort sind, sind alle sehr zugespitzt übertrieben. Die Witze teilweise ein bisschen flach am Anfang, also alles irgendwie ein bisschen drüber, ich weiß nicht. es kam nicht so dieses familiäre Flair auf, wie jetzt bei How I Met Your Mother, aber da habe ich gedacht, okay, man muss jemandem eine Chance geben, weil auch How I Met Your Mother hat irgendwann mal angefangen und man kannte die Leute nicht und musste sich erst mal drauf einlassen. Das war jetzt bei How I Met Your Father auch, fiel mir aber schwer und ich weiß jetzt am Ende immer noch nicht, ob es mir jetzt gefällt oder nicht. Es geht auf jeden Fall um Sophie, gespielt von Hilary Duff, größter Punkt, warum ich es geguckt habe. Ich liebe Hilary Duff. Und sie erzählt, das ist krass, sie erzählt nämlich jetzt auch so die Geschichte, wie sie halt den Vater kennengelernt hat. Gleiche Story wie bei dem anderen. Nur, dass wir hier diesmal, bei How I Met Your Mother hatten wir ja die Kinder, die immer saßen und man hat den Vater ja gar nicht gesehen, sondern immer nur die Stimme gehört und der Vater hat ja so die Geschichte erzählt, wie er dann die Mutter kennengelernt hat von denen. Hier ist es jetzt umgekehrt. Wir haben jetzt einfach Kim Cattrall, die auch Samantha in Sex and the City spielt, wo ich auch schon dachte, wow, auch cool. Und die erzählt ihrem Sohn irgendwie über, weiß ich nicht, irgendeine FaceTime-Kacke oder so, erzählt die auf jeden Fall, wie sie den Vater kennengelernt hat. Das ist natürlich schon mal anders von dem Point of View da. So, und dann haben wir halt hier Sophie, die jetzt in New York lebt, die eine Mitbewohnerin hat, die irgendwie sehr crazy drauf ist, die wiederum hat einen Engländer bei sich wohnen, der sehr, sehr britisch ist. Das sind schon wieder Sachen, wo ich denke, da wird wahrscheinlich auch viele in der Übersetzung flöten gehen, weil das ja wieder dieser Witz ist, dass das halt ein Ami ist, ein Engländer ist. Bei uns klingt der einfach wirklich extremst hochgestochen und als hätte der einen Stock im Hintern, was sehr nervig ist. Ich glaube aber, im Original wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders vom Flair. Ich weiß es nicht. Und dann treffen die aber auch noch irgendwie einen Typ, mit dem gehört eine Bar und der hat eine Freundin, die am anderen Ende der Küste lebt. Die haben also eine Fernbeziehung und wir haben auch noch Jesse, der da befreundet ist mit dem und seine Schwester, die kommt dann auch noch in die Stadt. Also das ist wieder eine ziemlich gemischte Runde, die eigentlich so an sich wahrscheinlich sehr cool ist, aber am Anfang, gerade am Anfang, echt extrem übertrieben so. Ich muss sagen, am Ende der Staffel hat man die irgendwie schon alle so ein bisschen ins Herz geschlossen. Man weiß, wie die ticken und es fällt, also man fühlt es nicht direkt so ungewohnt, übertrieben mehr, aber man hatte auch mal zwischendurch Witze, wo auch Flo lachen musste. Also da gab es auch schon witzige Sachen, aber es war immer alles so, ach Sophie, alles was die macht, hat man sich teilweise gedacht, nee, das ist so klischeehaft und so blöd und du weißt doch genau, dass das nicht funktioniert. Da hat mir das so ein bisschen gefehlt, so ein bisschen auch die Leichtigkeit. Vor allem auch einfach, bei How I Met Your Mother haben die ja alle gefühlt irgendwelche Berufe, die so ein bisschen greifbar waren. Weißt du so, Lilly als Kindergärtnerin, Kindergärtnerin Marshall, der Jura studiert und dann Anwalt werden möchte und Ted, der Architekt ist. Ich meine, klar, Architekt ist jetzt auch nichts, was jeder macht. Ich kenne keinen einzigen, der das macht persönlich, aber es ist so ein bisschen relatable, ne? Bei Barney weiß man ja sowieso nicht, was der macht. Okay, Robin ist nachher Moderatorin und so, klar, die hat aber auch einen langen Weg und immer mal wieder, ne, Steine in den Weg gelegt bekommen, aber das war irgendwie so greifbarer, finde ich. Und jetzt auf einmal hat man Sophie, die Fotografin ist, also sie macht das halt so, dann haben wir Jessie, der zwar wohl Lehrer ist, aber auch eine Band hat und der eigentlich musikalisch durchstarten will. Dem einen gehört, wie gesagt, ja schon eine Bar, was natürlich auch voll jeder hat. Die eine geht einfach überhaupt nicht arbeiten, weil die noch herausfinden muss, was die will. Der Engländer ist sowieso viel zu reich, der muss überhaupt nicht arbeiten, hat genug Geld und die andere, die ist in irgendeinem Modedingen unterwegs, die arbeitet als, weiß ich nicht, Sekretärin da, als helfende Hand bei irgendeinem Modedesigner. Also alles so ein bisschen, wo man sich nicht unbedingt direkt so mit identifizieren kann, finde ich. Natürlich ist es cool, weil wir wieder ja verschiedene, ja, ich weiß gar nicht, wie man das heute sagt, ohne dass es irgendwie blöd klingt. Auf jeden Fall, wir haben auch wieder verschiedene sexuelle Orientierungen. Das ist natürlich definitiv ein Pluspunkt. Ich glaube, jeder findet irgendwen, wo man sich so ein bisschen wiederfindet. Aber ich glaube, der größte Pluspunkt ist einfach wirklich Hilary Duff. Also wenn man mit ihr aufgewachsen ist, so wie ich, ist das einfach so, oh mein Gott, ja toll, geil. Und dann, also das war wirklich, also schauspielertechnisch, war das Kindheitsjugend-Flash-Hoch-10, weil wir Hilary Duff haben. Dann haben wir den Typen von Drake und Josh, der Josh gespielt hat. Also ich weiß nicht, ob ihr die Serie damals auf Nickelodeon geguckt habt. Also ich ja, fand ich auch voll cool. Und in ein paar Folgen später spielt einfach Leighton Meester mit und Leighton Meester hat Blair Waldorf in Gossip Girl gespielt. Also ich verneige mich vor so viel, vor so viel Erinnerungen, mit denen ich groß geworden bin. Also geil. Aber ja, irgendwie so mega geflasht hat es einen jetzt auch nicht. Ich glaube, das war so eine Serie, die so ein bisschen kurzweilig ist, wenn man mal so ein bisschen was nebenbei gucken will. Das ist eine halbe Stunde gehen die Folgen. Ja. Bitte sagt mir, wenn ihr How I Met Your Father geguckt habt, wie euch das gefallen hat, das würde ich echt gerne mal wissen. Ich glaube, mein Papa fand es eigentlich ganz gut. Glaube ich. Keine Ahnung. Aber ich würde da gerne echt mal eine andere Meinung zu hören. Ja, das war How I Met Your Father und das waren auch die Serien. Wir gehen jetzt mal rüber zu den Filmen. Bei den Filmen habe ich vier Stück für euch im Angebot und zwar zwei Weihnachtsfilme und zwei nicht weihnachtliche Filme. Und mit dem ersten nicht weihnachtlichen Film fangen wir auch an, denn ich habe mit Flo The School for Good and Evil geguckt. Oh mein Gott, das war schon wieder Diskussion hier bei uns. Das ist schon ein bisschen her. Den haben wir direkt am Anfang, glaube ich, geguckt des Monats, weil Netflix uns hier so schön präsentiert hat. Hey, The School for Good and Evil, guckt euch das mal an. Sehr märchenhaft, sehr fantastisch, also man muss schon darauf stehen. Es gibt nämlich auch so eine Erzählstimme aus dem Off, die das immer so ein bisschen kommentiert und ein bisschen erzählt, was gerade passiert. Ist halt schon so ein Stilmittel, das muss man mögen. Flo fand es, glaube ich, einfach doof. Und dann haben wir halt, das ist wirklich wie so ein Märchen auch aufgebaut. Und wir haben einfach eine Person, so ein Mädchen, die eher so immer als Hexe verschrien wird aus dem ganzen Dorf und so und die es da wirklich nicht einfach hat. Und dann eben das Mädchen, was so sagt, ach, ich möchte Prinzessin sein und sie ist so der Engel der Stadt gefühlt. Und dann hören die, dass es eben eine Schule gibt, The School for Good and Evil. Das ist eine Schule, die geteilt ist. Und zwar werden da die Schurken ausgebildet, aber auch die Guten. und ja, die eine, die, der Engel da quasi, die wird dann dahin entführt quasi, also die wird dorthin geholt, aber ihre Freundin, die Hexe, die wird mitgezogen und plötzlich landen die an dieser Schule allerdings etwas anders als gedacht. Also die, die eigentlich so unser Engelchen ist und die eigentlich good ist, unser Good Girl, die landet plötzlich in der Schurkenakademie dort auf der Seite und die, die immer als Hexe verschrien wird und dass die böse ist und so weiter, die kommt dann auf die Seite der Guten. Ja. War jetzt nicht so geplant, natürlich versuchen die auch wieder irgendwie zurückzukommen, das geht natürlich nicht und Laurence Fishburne, glaube ich, spielt den Schuldirektor, was auch sehr cool ist. Und was noch geiler ist, es gibt ja noch ein Flashback ganz am Anfang, weil die Schule wurde ja gegründet von zwei Brüdern, wo der eine halt eher so böse ist und der andere eher so gut, aber weil die ja immer zusammen waren, dann ist das immer im Gleichgewicht geblieben. Und das ist einfach der Typ, der auch Jesper, ich sag immer noch Jesper, von hier aus dem Grishaverse gespielt hat, hier Shadow and Bones, das fand ich voll cool. Und ja, auf jeden Fall gibt es sehr viel Drama an den Schulen, es gibt Prüfungen, die bestanden werden müssen, es gibt ja, Selbstfindungsprobleme, bin ich wirklich böse, bin ich gut, was bin ich und eine Freundschaft, die sehr viele Strapazen überstehen muss und die es nicht leicht hat. Also es war ziemlich interessant, ich fand es eigentlich irgendwo cool, klar, es war hart übertrieben, man muss es mögen, es war auch jetzt nicht, dass ich sag, boah, der geilste Film ever, der hatte schon einige Schwächen, meiner Meinung nach, aber ich fand ihn mal nett, jetzt zu gucken, also es war für mich jetzt nicht, dass ich denke, oh mein Gott, Zeitverschwendung, was für Mist, ich glaube, das dachte Flo sich die ganze Zeit, ich fand es halt einfach ganz süß für zwischendurch mal, ja, und auch hier, wenn ihr The School for Good and Evil schon geguckt habt, lasst mich das gerne mal wissen. Kommen wir zum ersten Weihnachtsfilm, vor dem ich ein bisschen Angst habe, weil er mich nicht ganz so begeistern konnte, obwohl der, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr angesagt war, ich glaube, alle, die Netflix gucken und das irgendwie mal auf Instagram zwischendurch posten, haben diesen Film geguckt. Es geht um Falling for Christmas und ja, ich habe mich sehr gefreut, mal wieder was von Lindsay Lohan zu sehen, denn wo ich vorhin Hilary Duff gelobt habe, natürlich gehörte auch Lindsay Lohan zu meiner Kindheit und Jugend und Girls Club, einer der geilsten Filme ever, ich habe so viel geguckt, Bekenntnisse einer Highschool-Diva und was nicht alles, ja, und dann haben wir auch noch Caught Overstreet als männlichen Gegenpart, den ich ja auch von Glee kenne, so, und ja, ich erzähle kurz die Handlung. Wir haben Lindsay Lohan, die ist eine reiche Hotelerbin und sie soll endlich mal arbeiten, ihr Daddy hat so ganz viele Ski-Resorts und so weiter und ja, sie ist auf jeden Fall dort, um halt ein bisschen in das Leben dort einzutauchen, hat auch voll den fancy Insta, also das war ein richtiges Klischee, dieser Instagramer, ne, der ist halt ein Influencer, ähm, der damit sein Geld auch schöffelt und der ist so richtig selbstverliebt auf eine Art und Weise, aber die sind halt zusammen und dann sind die auch unterwegs und auf jeden Fall passiert ein Unfall und Bams Madame knallt mit dem Kopf gegen einen Baum und hat ihr Gedächtnis verloren. Klischeehaft, ne, ich weiß. Ähm, dann haben wir aber auch Caught Overstreet, wie gesagt, der männliche Gegenpart, der hat auch so ein kleines Ski-Resort, das ist aber eher so dieses Urige, Gemütliche, was auch total kuschelig ist, aber da gibt's halt Geldprobleme und er ist halt so von Anfang an der Liebe mit den offenen Armen, er empfängt alle, er ist so herzensgut, jeder im, äh, Dorf liebt ihn so und schätzt ihn als Mitglied der Community und, ähm, ja, er findet die halt und, ähm, ja, im Krankenhaus sagt man dann, okay, du kannst dich an nichts erinnern, wir wissen nicht, wer du bist, keiner weiß, wer du bist, vielleicht hilft es dir ja auch, ähm, hier bei Caught Overstreet erstmal kurz zu Hause, vielleicht erinnerst du dich ja an so ein paar Sachen und du bist so anstrengend, wir wollen dich auch gar nicht hier im Krankenhaus haben, so nach dem Motto und, ja, die beiden, die, ähm, ja, erleben halt ein paar Sachen zusammen, sie wird halt bodenständig, lernt Sachen und irgendwann, natürlich kommt halt irgendwann raus, wer die ist und die beiden, die lernen sich dann auch ein bisschen an, also es war einfach wirklich das größte Klischee der Welt, es war kitschig, man kann es mögen, ich mag ja auch kitschige Weihnachtsfilme, ganz ehrlich, von einem Weihnachtsfilm ist es wie bei einem Weihnachtsbuch, da erwarte ich nicht, dass unbedingt das Rad neu erfunden wird, sondern ich fände einfach nur eine schöne Atmosphäre, ähm, weihnachtliches Gefühl und so weiter, aber da war auch schon wieder das Problem, weil Lynn Salon zum Beispiel hat ja auch so ein bisschen was mit ihrem Gesicht machen lassen, ich meine, auch da denke ich mir immer so, okay, kann ja jeder machen, wie er will, ähm, aber sie konnte für mich jetzt persönlich nicht mehr so viel Emotionen transportieren, ich weiß nicht, ich musste da die ganze Zeit immer nur hingucken und dachte mir so, äh, ich weiß nicht, ähm, weiß ich nicht, ich wollte eigentlich mal googeln, ob das die gleiche Stimme ist von Katniss Everdeen, habe ich vergessen zu googeln, fand ich nämlich auch interessant, ich habe die ganze Zeit Gefühl gehabt, das wäre die Stimme und, oh mein Gott, das war ein bisschen verwirrend in meinem Kopf, aber ich habe das Gefühl, dass halt Court Overstreet die ganze Zeit Lynn Salon so ein bisschen mitgetragen hat, durch den ganzen Film, der deswegen, also, ich glaube, der ist eigentlich so ein Mittelfilm irgendwo, war jetzt nicht schlecht, dass ich ihn geguckt habe, aber ich glaube, es ist auch kein Film, wo ich sage, den möchte ich nächstes Jahr nochmal gucken. Der andere Film ist The Noel Diary, ich glaube, ich habe damit schon mal zwei sehr aktuelle Weihnachtsfilme abgeklappert, äh, den Film fand ich besser als Falling for Christmas, aber auch der hatte ein paar Problematiken, was ich hier sehr gut fand, ist, dass die Hintergrundgeschichten der beiden Hauptpersonen einen sehr großen Fokus hatten und die haben mich sehr interessiert, weil wir haben hier einen Typen, das ist voll geil, der ist Autor, also das fand ich richtig gut, der schreibt Bestseller-Romane und, ähm, ja, privat geht es halt bei ihm gerade nicht so gut los, also der hat wohl einen, ähm, ja, auch einen schweren Verlust in seiner Kindheit erlitten und seine Mutter, die ist jetzt gestorben, die hatten wohl auch sehr, sehr lange keinen Kontakt mehr, ähm, und er geht halt jetzt wieder zurück nach Hause, um die, ja, um das Haus auszuräumen, um zu gucken, was braucht man noch, was braucht man nicht, ähm, und kommt dann wieder so ein bisschen zurück, so dahin, wo er vorher mal war und trifft auch die Nachbarin und da steht dann plötzlich immer so eine komische Frau vor seinem Fenster und irgendwann ist die einfach bei ihm im Haus. Ja, dann kommt raus, ähm, sie wäre wohl die Tochter von der Nanny, die da früher in dem Haus gelebt hat und die halt eben unserem Autor früher, ähm, ja, mit aufgezogen hat so und da gearbeitet hat, aber er kann sich nicht wirklich daran erinnern und, ähm, sie wurde halt adoptiert, also zur Adoption freigegeben und sucht jetzt halt ihre leibliche Mutter und deswegen versucht sie da irgendwie, irgendwie was rauszufinden und die beiden machen sich dann quasi gemeinsam auf ein Abenteuer, denn wer könnte noch wissen, wer die Nanny war oder hat vielleicht einen Namen? Genau, sein Vater. Mit seinem Vater hat er aber auch nicht so das beste Verhältnis, das heißt, da haben wir auch schon wieder so, ähm, eine Reise, die er jetzt machen muss, nämlich, dass er sich mit seinem Vater irgendwie auseinandersetzen muss und mit seiner Vergangenheit abschließen muss, aber wir haben halt auch den Weg von, ähm, unserer Protagonistin jetzt, die halt ihre Mutter finden will und die sind halt ein bisschen miteinander verwurschtelt, die Wege und das fand ich eigentlich ganz nett. Mein großes Problem war hierbei auch nur wieder, Madame hat einen Freund und geht mit einem fast wildfremden Typen auf, äh, Tour, um ihre Mutter zu finden und natürlich gibt's da vielleicht auch so den einen oder anderen romantischen Moment und das kann ich halt immer nicht genießen, wenn ich weiß, du hast einen Freund oder einen Verlobten zu Hause und machst hier mit irgendwem anderen fast rum oder sogar rum, du müsst dir selber gucken, war, nage ich nicht. Selbst wenn man weiß, dass die Person, die zu Hause ist, nicht die richtige Person ist oder es Probleme gibt. Ich konnte den nicht wirklich schippen, ich hab das auch ehrlich gesagt nicht wirklich gefühlt, aber ich fand die Atmosphäre schön, es war eine winterliche, ähm, ja, Atmosphäre halt einfach und ich mochte halt die Hintergrundgeschichten von den beiden, wie sich das nachher also immer mehr ergibt und man immer mehr rausfindet, das fand ich sehr cool. Ein Tagebuch spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, sonst würde es nicht so heißen, aber letztendlich gab es halt auch ein paar Abzüge so in der B-Note für mich. Ja, aber so ansonsten fand ich den Film trotzdem ganz nett. Und der letzte Film für heute, da sind wir auch durch, ist mal wieder ein Marvel-Film. Ja, wir mussten da auch mal endlich weitermachen und wir haben jetzt Spider-Man Far From Home geguckt. Eigentlich gucken wir das ja chronologisch durch, wir sind schon bei den Eternals, ich glaube, das war das letzte, bei den Eternals sind wir dann gewesen und Spider-Man hatte ja das Problem, dass der noch zu Sony gehört und deswegen gab es die Filme noch nicht alle bei Disney Plus, aber seit einer Zeit gibt es die bei Disney Plus und deswegen konnten wir ja Far From Home gucken und ich muss sagen, der Film hat mir besser gefallen als der erste. War Homecoming der erste? Ich komme da so ein bisschen durcheinander. Also grundsätzlich muss ich einfach sagen, dass ich Tom Holland als Spider-Man echt super besetzt finde. Der hat so, ja, dieses naive, junge, was man halt so von Spider-Man irgendwie erwartet. Ich muss sagen, ich bin halt mit Tobey Maguire als Spider-Man groß geworden und mag die Filme immer noch, auch wenn die wahrscheinlich, vielleicht sind die gar nicht so geil, das ist halt einfach Erinnerungen und den mag ich. Bei Andrew Garfield kam ich irgendwie gar nicht rein, ich weiß auch nicht wieso, das war einfach nicht mein Spider-Man, aber Tom Holland macht das schon ganz cool. Also ich finde, das passt sehr gut. Auch wenn ich immer noch, also das ist ja das Problem, was ich auch schon im ersten Teil hatte, der ist halt natürlich, weil er so jung ist, sind es natürlich auch mehr jüngere Geschichten, alles mehr so Richtung jung und da muss man halt für sein. Ich bin da manchmal ein bisschen raus oder denke mir auch wieder so, aber ansonsten mochte ich die Geschichte sehr diesmal, denn die Klasse von Spider-Man macht einen Europatrip und das fand ich ziemlich cool. Also die waren auch in Venedig und in Prag, glaube ich. Also da sind so ein paar Sachen, die abgeklappert werden. Natürlich Peter Parker, der versucht MJs Herz irgendwie zu erobern, aber gleichzeitig seine Spider-Man-Aufgabe ja auch noch ausüben muss irgendwie und die Welt retten muss. Ich fand das sehr cool. Ich fand auch sehr spannend, wie diesmal die Gegenseite war. Also ich will nicht so viel spoilern deswegen, also wie die Gegenseite war, wogegen er kämpfen muss, das fand ich sehr spannend gemacht. Ich hatte irgendwann so voll den Mindblow in meinem Kopf, weil ich gar nicht mehr wusste, was ist jetzt noch echt und was nicht. Und ja, fand ich sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also den mochte ich wirklich ein bisschen lieber als den ersten und bin schon gespannt, wie der nächste ist. Also es gibt ja noch einen. Ich weiß gar nicht, wann der kommt chronologisch. Muss ich mal gucken. Ich glaube aber als nächstes kommt jetzt erstmal Doctor Strange. Muss ich mal gucken. So Leute, jetzt sind wir auch schon durch mit meinem November. Also wie immer, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr schon, ob ihr auch einzelne Bücher gelesen habt oder ob ihr eine der Serien oder Filme geguckt habt. Und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer noch eine schöne Zeit und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao!